Sie fühlen sich gut, aber der Hausarzt oder Irologe findet einen ungewöhnlichen Ultraschallbefund an der Niere? Oder Sie haben sogar Blutimorin? Warum ein Nierentumor oft schwer zu diagnostizieren ist, wie man ihn behandelt und wie gefährlich er wirklich ist, das erfahren Sie im folgenden Video. Mein Name ist Kai-Peter Schuster und ich bin Facharzt für Urologie hier in der Klinik Amring in Köln. Jedes Jahr erkranken ca. 14.000 Menschen in Deutschland neu an einem Nierenkrebs. Etwa 90% dieser Tumore entstehen aus entarteten Nierenzellen. Selten können andere Tumore aber beispielsweise auch aus der Schleimhaut im Nierenbecken entstehen oder Absiedlungen anderer Tumorerkrankungen sein. Leider machen sich auch Nierentumore nur selten frühzeitig durch Schmerzen oder Missempfindungen bemerkbar. Man verspürt einfach keine Beschwerden oder nimmt Symptome wahr. Deshalb fällt ein Nierentumor meistens erst im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung beim Hausarzt oder Urologen auf. Oft wird er auch als Zufallsbefund gesehen, wenn man beispielsweise eine MRT-Untersuchung aufgrund von Rückenbeschwerden anfertigen lässt oder ein CT wegen unklarer Bauchbeschwerden macht. Wenn nun aber der Verdacht auf einen Tumor an der Niere erhoben wird, ist in den allermeisten Fällen mit einer entsprechenden Therapie von einer hohen Heilungsrate auszugehen. Die Überlebensrate beträgt nach fünf Jahren immer noch 80%. Streuungen von Tumorzellen in den Körper, also sogenannte Metastasen, sind selten und treten in frühen Stadien und selbst bei großen Tumoren kaum auf. Als Therapie ist in aller Regel eine operative Entfernung des Tumors ausreichend. Nur in seltenen, weiter fortgeschrittenen Fällen schließt sich eine medikamentöse Nachbehandlung an. Durch moderne Operationsverfahren ist es heute in vielen Fällen möglich, nur den Tumor zu entfernen und die komplette Niere zu erhalten. Dies kann insbesondere gelingen, wenn der Tumor nicht allzu groß ist und noch keinen Kontakt zum Nierenbecken hat. Der Eingriff wird in der Regel minimalinvasiv, also laparoskopisch, oder an großen Zentren mit Hilfe eines Operationsroboters durchgeführt. Wenn es sich um ein eher seltenes Karzinom des Nierenbeckens handelt, wird die ganze Niere mit dem Harnleiter entfernt, um ein Wiederauftreten des Tumors an anderer Stelle vorzubeugen. In jedem Fall ist die Früherkennung der entscheidende Faktor für den weiteren Verlauf der Erkrankung und daher empfiehlt es sich regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Nur so kann eine Krebserkrankung rechtzeitig erkannt werden und man kann sie gut behandeln. Wenn Sie mehr über eine Nierenerkrankung oder die entsprechende Vorsorge erfahren möchten, vereinbaren Sie sich einfach einen Termin hier bei uns in der Urologie in der Klinik am Ring. Wir freuen uns auf Sie! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017